Moin Leute und Willkommen zu diesem Video. Flo und ich, oder hauptsächlich Flo, weil er kann das auch mit verbundenen Augen, das werden wir auch ausprobieren, geht heute in zwei Videos um den OM651, der steckt jetzt in einem 204. Auch Sprinter, E-Klasse in der Generation, alles wo der halt irgendwann mal drin war. Genau, geht in diesem Video, also geht es darum, ist ja scheißegal, es ist der 651er, in dem Fall ist es Single Turbo, auch völlig egal, es geht darum, Injektoren ausbauen und damit legen wir einfach mal los. Gucken wir gleich mal. So, also, wir wissen zwar noch nicht, wie wir die Kamera gleich positionieren, aber vielleicht mache ich auch einfach die ganze Zeit Kamera-Kind und Motorabdeckung ist schon weg. Das da macht auch Sinn, es ist Diesel, ne? Verrückt. Genau, also Injektoren ausbauen, 1, 2, 3, 4. Wie ihr jetzt anfangen von dem, was ich hier jetzt mache, ist eigentlich völlig irrelevant. Als erstes mache ich mir erstmal Platz, das bedeutet, der Mist hier muss weg, dieser Kabelkanal, dafür müssen dann die Stecker von Injektoren und er hier weg. Wer ist er hier? Der hier. Achso, ja, das war eben nicht zu sehen. Irrelevant muss zur Seite, aber es war nur gerade eben nicht richtig zu sehen. Als nächstes, dieser große hier, der muss auch zur Seite, damit wir an die Rail hier rankommen, da muss nämlich die Hohlschraube raus und wir müssen ja auch die Leitungen hier irgendwie abschrauben können, das nützt ja alles nichts. Also, machen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Platz und machen alle möglichen Kabelkanäle, die wir hier finden, alle Clipsies, die dafür da sind und so, erstmal weg und raus. Und im Zweifel sind in diesem tatsächlich noch alle dran. Also, mal eben. Herr Heidmann hat hier irgendwo, ich muss sie selber suchen. Die Außentalks da unten, oder was? Nee. Ja, 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 ja. Wo sind die Außentalks los? Was ließ ich das mit ihm? Daaa. Also daaa. Außentalk? Das müsste 8er Außentalks noch sein. Damit scheint hier der ganze Kabelkanal fest zu sein. Ist bei Flo auch schon etwas länger her, dass er das gemacht hat. So, ähm, wir machen jetzt nochmal eben folgendes. Damit ich hier mit diesen Kabeln überhaupt weit genug wegkomme, nehmen wir nochmal eben den Kraftstofffilter aus seiner Führung und legen den zur Seite. Oh, der ist ja nur geträgt. Richtig, der ist überhaupt gar kein Problem. Also zwei kleine Klemmschellen hier. Und dann ist das schon gut. Und dann, wenn der gut montiert wurde, kann man den jetzt schon theoretisch... Warte, stopp, ich muss erstmal den Stecker aufmachen. Denn der Stecker dann möchte abgemacht werden. Wir haben jetzt hier Muttern, kommen wir wunderbar mit dem Schlüssel alles ran. Alles tipptopp. Die können wir natürlich auch wieder wunderbar mit Drehmoment anziehen. Korrekt. Das können wir tun. Nicht. Ähm, als nächstes, ganz wichtig, die Injektor-Rücklauf-Leitungen. Also die Sprit-Rücklauf-Leitungen. Ähm, das Patent ist etwas doof. Man muss hier oben... Ach, das kannst du, glaube ich, vielleicht mal die Kamera in die Hand nehmen, sonst sieht man das nicht, ne? Ja, ich suche schon mal eine. Ist das 19? Ne, 17. Ich hätte auch sagen können, dass du mich fragst. Ja, ich kann dich nicht unterbrechen. Okay. Tatsache. Ja, so. So, ich komm noch kaum an die Kamera ran. Das ist jetzt ja dein Problem. So, jetzt. Also, Rücklauf-Leitungen. Ähm, ihr seht hier so eine kleine weiße Markierung. Hier oben. Wenn die sichtbar ist, dann ist alles in Ordnung, dann ist das korrekt verriegelt. Das bedeutet also, ihr müsst diesen kleinen Nupsi, der jetzt hier hoch steht, wo ich jetzt gerade dran bin, in diese Richtung rausziehen. Ganz, ganz wichtig dabei. Diese Dinger sind so ekelhaft klein und widerlich und zierlich, dass man die unfassbar gerne kaputt macht. Seid da vorsichtig bei. Ansonsten ganze Rücklauf-Leitungen neu, ne? Äh, ja. Ich glaube, die Stecker gibt es nicht. Kann ich gerade auch nicht sagen. Wenn ich sie, ich gucke noch mal nach, dann schmeiße ich das mit in die Infobox rein als Teile unter eventuell Verpackung. Auf jeden Fall, hier ist ja eine ganze Teilenummer drauf für das ganze Stück, was bis dahinten hingeht. Hier. 651 bla bla bla. 651 0 7 0, weiter kann ich nicht lesen. Macht aber nix, weil wir machen die einfach nicht kaputt. Das wäre cool. Ähm, entliegeln ist recht easy. Ihr könnt, ähm, tatsächlich, wenn der Riegel ist, hier vorne zwischengehen und einfach so hebeln, dass der zurückkommt. Da ist ein kleiner Spalt zwischen dem Hektor und dem Plastikteil. Das geht. Jetzt kommt aber der kritische Teil erst nämlich, dass wir das da rauskriegen. Weil die sitzen dann natürlich ein bisschen fester drin. Da müssen wir jetzt mal eben gucken, dass wir da keinen Mist machen mit. Wir haben erfolgreich eine Rücklaufleitung abgebaut, ohne sie zu zerstören. Das ist schon mal die halbe Miete. Ein Viertel davon. Aber macht nix. Ähm, Hochdruckleitungen als nächstes. Bitteschön. Viel Spaß dabei. Hast du das? Wie rumschraubt man die Ahr ab? Ja, in die andere Richtung zeigen. So, Harno, siebzehner Maul, siebzehner aufs Maul-Schlüssel und dann brechen wir das alles einmal ab hier. so wir sollten das mal eben sehen also das war jetzt 50er torx vier schrauben die kamen schon mal gut los und jetzt kommt der interessante teil jetzt müssen die injektoren da raus daher aber eigentlich alles ziemlich ja gut es ist ölig weil die ventil deckel und ich ist das ist nämlich der grund warum wir die injektoren aufbauen jetzt sind da diese halter ich möchte jetzt die hand schon nicht extra wegschmeißen auch ein schlüssel ein bisschen hin und her drehen kann aus wie 19 17 17 jahre noch mal ein der dreht auch ein bisschen nicht drauf der dreht auch schon aber wir haben nur noch einen der jetzt nicht drauf kommt wir haben einen injektor gefunden und der hat öl abgekriegt wenn ihr jetzt alle injektoren raus habt nehmt ihr einen dicken kreuzschraubenzieher um die kupferringe aus den schächten zu holen wenn ihr da nichts anderes spezielles für habt der schraubenzieher muss halt ein bisschen dicker sein und als er als das loch im kupferring dann drückt man den von oben in den kupferring leicht rein verklemmt er sich und dann kann man den nachher einfach rausziehen dann müsst ihr noch den schacht reinigen idealerweise mit einer linonbürste oder sowas ja das video und material was wir dazu hatten ist leider absolut unbrauchbar so ein bisschen durcheinander ersten injektor hat er schon wieder drin wir haben neue schrauben neue dichtringe unten natürlich einmal alles sauber gemacht das schneide ich mir eben jetzt mit rein das ist irgendwo anders angezogen werden die schrauben der injektoren mit 15 newtonmeter und zwei mal 90 grad das wird auch immer alles step für step gemacht und ich würde auch immer alle vier injektoren nacheinander machen also erst alle vier 15 newtonmeter dann alle vier einmal 90 grad dann alle vier nochmal 90 grad auf gar keinen fall 15 newton und direkt auf 180 grad durchziehen das ist kontraproduktiv das muss sich zwischendurch quasi einmal setzen so sagt man dann kommen die leitung und die holschraube wieder an ihren platz und der ganze rest wird wieder montiert fernstart einrichtung da siehst du jetzt muss noch irgendjemand die rücklaufleitung wieder verriegeln irgendjemand muss hierfür gibt es kein vorgegebenes drehmoment das ist ja nicht zu fest es ist wirklich ja wird das ist wirklich auch ausnahmsweise nicht fest knallen die scheiße einen kleinen hebel einen schlagschrauber einfach fest knallen die scheiße der erste ist fest ansonsten machen wir dann zopper topsch runter ja leute flo hat alles ja wieder komplettiert hier wie ihr wunderschön sehen können wir machen jetzt gerade noch mal eben kompletten kurztest hier einfach nur zur sicherheit ob wirklich alle stecker und alles dran sind und dann schmeißen wir gleich an ich würde sagen dann sehen wir uns gleich noch mal wieder aber jetzt nehme ich euch endlich mal eben hier oben raus weil wir filmen seit einer stunde 18 so der hobel rennt wieder es ist natürlich ist ja hier dann überall luft drin also es muss erst mal die luft raus sein also es ist völlig normal dass er nicht sofort startet immer erst mal zündung anmachung vier fünf sekunden warten drei vier fünf sekunden anlasser drehen lassen und wieder aus und zündung wieder an und so weiter das kann drei vier fünf mal dieser vorgang sein das kann auch zehn mal dauern das ist aber immer noch völlig in ordnung und es kann dann auch bei den nächsten drei vier fünf mal starten wenn ihr jetzt auch gefahren seid und nachher wieder dann kann es auch mal sein dass er dann noch moment länger braucht zum anspringen völlig normal aber er läuft wunderschön toller motor und in 2000 km sehen wir uns wieder für die kette nein quatsch die ist noch gut die hat noch ein paar tausend kilometer mehr alles klar dann war es dann mit dem video und wir wünschen mir immer viel spaß von schrauben bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.